Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins in Troll 1. Und ja, in der letzten Folge haben wir den zweiten Boss besiegt und sind in den Guilty Fires endlich angekommen. Einen meiner Lieblingsgebiete. Und das nicht nur wegen der Musik, auch finde ich die Kinder jetzt ziemlich lustig. Feuerhühnchen. Und wir müssen die Liste halten und schalten, und zwar die rote Besorge, weil die muss da in den großen Ofen rein. Aber das wird für kein Problem sein. Ich muss uns bloß durch ein paar Dämonen und Feuerhühnchen durchhauen. Und Feuerhühnchen spruckende, komische Viecher. Ja. Die auch noch fliegen können, was ich unfair finde. Obwohl man als Tone einen viel besseren Sprungangriff hat, als als Junika. Nur mit dem zu fest, das ist halt nicht immer das leichteste. Ja, ich mag die Musik der Guilty Fires. Und ich mag es auch bekleidet Feuerküken. Na ja, so arm sind die eigentlich nicht. Nachher kommt die Rache, wenn die Lila an den Explosionsküchen kommen. Das stellt mir auch so heftig vor. Erst die Taktik, wenn die Dämonen angreifen, sie schicken die Horde von diesen Hühnchen, dass sie explodieren. Ah ja. Und da ist schon der Raum. Und die Gegner können irgendwie kaum was. Außer mich wieder mit Krispies bewerfen. Und man merkt schon, diejenigen, die von euch die meinen Junika Run verfolgt haben. Wir haben im Tone Run viel weniger Dialoge. Also normalerweise hatte man hier als Junika einen Zwischendialog. Hier trifft man ja eigentlich das Essen nur auf Tone, wenn man als Junika spielt. So, jetzt haben wir die Grundscheibe. Jetzt können wir uns langsam wieder auf den Weg zurück machen. Und dabei ein Level einfach einsteigen. Sehr gut. Wir sollten nämlich hier auch erst wieder mit Level 20 gucken, dass wir zum nächsten Boss kommen. Oh, weil es fliehen. Oh, fließt nicht. Ach, wir können den ja teilweise sogar treffen, wenn wir am Boden sind. Raum stirbt. Auch wenn du immer wieder die Viecher hier spawnst. Aber trotzdem. Oh. So, und jetzt können wir hier die Mondscheibe einsetzen. Bei dem riesengroßen Hals rufen. Ich frage mich, wie kalt die uns aus den Stoffwerken sein müssen, wenn der Oofen erst hier steht. Na gut. Wir haben die rote Mondscheibe in den Altar gesetzt. Und dafür geht jetzt hier die Plattform runter, über die wir weiter können. Sehr gut. Und jetzt werden wir hier in den Weg zurück. Und wir verschulden. Und wir können hier einfach drauf. Und wir können hier auch... Und wir können hier beherט. Und wir können hier auch gehen. Und wir können hier auch... Jetzt können hier auch gehen. Und wir können hier auch gehen. Oh, die Stelle da sieht neu aus. Ja, die ist auch neu. Ich weiß, dass die neu ist. Das wird die Stacheln. Gibt es nur in Polo an, soweit ich weiß. So, fackt die God's Fortier ein bisschen Leben ab. Und jetzt flitzen wir durch die Stacheln. So, genau. Und was haben wir in der Truhe Schönes? Eine Roderfrucht. Sehr schön. Ah ja. Als Juniker kommen wir normalerweise hier über die Plattform. Die muss man oben hinweg. Ja, aktivieren. Da, wo wir jetzt gleich hingehen werden. Sobald wir uns durch die Orangenen wackelt, von denen wir den Roten durchgekämpft haben. Das sind irgendwie die seltsamsten Gegner. Irgendwelche komischen Blobs, die eigentlich nicht viel machen, außer sich teilen und verhauen lassen. Und meine Schaden machen sich kaum welche. Die Teilen sich halt nur aufgegeben, weil dadurch nur noch mehr ist, die Kiste falle. Genau, hier drüben. Hier meine ich nämlich. Hier kommt man halt, müsste man auch irgendwie als Troll hinkommen, weil da drüben ist die Kiste, sehe ich gerade. Das ist nur die Frage halt, wie man da hinkommt. Hier gab es ja nichts zufällig, dass irgendwas wie ein Schalter, nö. Ups, ist mir da runtergefallen. Naja, normalerweise müsste es einen Weg da rüber gehen, auch als Troll. Na, fast haben wir es geschafft. Das war zu spät. Ich probiere das jetzt noch ein paar Mal, auch wenn es vielleicht langweilig wird, aber ich will wie an die Kiste da ran. Ja, springen wollte man auch, könnte man auch machen, bin dabei. Und die Fähigkeit schnell genug loslassen. Oh, der Gegner ist abgestürzt. Dann schickt er von mir jetzt was auf die Nase. Nein. Ah, vielleicht bräuchten wir da schon einen Doppelsprung, aber den können wir ja erst geben wie in Silent Sands. Fragen über Fragen. Beim Inventar haben wir auch nichts, was uns darüber helfen könnte. Nein, da oben ist nur der Gegner. Ich versuche es jetzt noch zwei, drei Mal und dann gehen wir weiter. Ich glaube, ich lasse den Dash zu fluten. Nein, so sicher nicht. Was passiert, wenn ich nicht? Na komm, Steuerung. Er sagt bei mir die Steuerung. Jetzt hat er die ganze Zeit so Dauer links dran. Ah, muss das sein? Genau das. Genau das. Ich habe das jetzt, wenn er das macht. Weil wir das nicht weggehen. Okay, das ist der Versuch fast geschafft. Mann, er liegt das Links-Dreit-Problem hier nicht gerade. Könnte das vielleicht viel besser laufen. Komm, noch einmal will ich es versuchen. Springen sollte man auch tun dabei. Erst springen, dann loslassen. Nein, ich gebe es auf. Und ich muss dringend gucken, wie ich nach dieser Folge das mit dem Links-Rechts-Laufen wegkriege. Und gerade hier dürfte das nervig sein. So, durch die Steuerung ist mir hier irgendwie ein bisschen genervt. Und jetzt hoffentlich nachher, ich gebe es auch nachher ab. Wisst ihr was? Ich werde das mit dem Sprengen nachher nochmal ausgehen versuchen. Bei meinem Hint ist da nur ein Panakia drin. So, war hier nur eine Truhe. Nein, hier war keine Truhe. Hm, hopp. Hier war eine Truhe. Und hier ist... ...ne neue Rüstung für uns drin. Die wir nicht anziehen können, wegen dem Steuerungshaktor, den ich gerade habe. Das ist nicht gut. So. Geh aus zum Weg wollen. Aua. Gucken wir, wie ich hier dran kapiere. So, starten wir. Start wir aktivieren. Speichern. Suchen. Einfach irgendwo was speichern. Und dann mache ich jetzt gleich meinen Cut und gucke, dass ich das hier in den Griff kriege. Also, bis gleich.